Yo, 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 liebe Roboter... Ich fang nochmal an. Ja, hallo, liebe Roboterfreunde, ich bin's, der Tenchi. Und ich bin's, über den Boden fliegender Angelo. Und ich bin auch mal wieder dabei. Wo warst du, hallo? Was, wo kommst du schon mal her? Hast du schon mal eingeschmuggelt, ey. Das gibt's gar nicht. Der schmuggelt sich immer rein, der Bobo. Weißt du, wie der das macht? Ich hab so geguckt, der Bobo ist online, da hab ich ihn eingeladen. Hat er einfach angenommen, ne? Die Freche, dieser Frech-Dachs. Ja, und deswegen nehmen wir ihn jetzt mit. Ich weiß gar nicht, was zu spielen, verdammt. Also ich will SMG machen. Anschluss Plasma-Bomber. Ich mach Plasma, ja. Und ich wollte auch mal ein neues Craft vorstellen. Okay. Wenn du das magst, oder willst du es lieber geheim halten auf deinem Kanal machen? Ich weiß ja nicht. Du kannst natürlich auch hier schon anteasern. Okay. Dann, was ist denn dein neues? Egal. Geh mal einfach rein. Battle-Arena. Ein cooles Battle machen. Werden wir ja sehen, was dann rauskommt. Aber was bist du? Kannst du sowas schon sagen? Also ich bin auf jeden Fall ein Sled, sagt man dazu. Was? Also ein Schlitten. Und der gleitet so beim Boden. Okay. Der schlittert so. Aha. Und der YouTuber Max-Tex hat mich dazu animiert, so einen zu machen. Mhm. Weil die sind schon recht spaßig. Das sind so ganz schnelle Gefährte, die sich vor allem mit Thrustern bewegen. Und der hat so Thruste auf dem Boden. Und mit diesen Thrustern auf dem Boden hat man so wenig Reibung. Und dann kannst du dann beim Boden schlittern. Mhm. Damit lege ich mich die ganze Zeit vor. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt funktionieren soll, unser Team. Ich bin total langsam. Ich bin total schwach. Bobo ist total schnell. Guck mal, der da sieht aus wie Anshlo von hinten. Oh, das ist er nicht. Ähm. Und Anshlo ist einfach nur so ein Flug... äh, so ein kleines Flugvieh. Ich verstehe. Schiffchen. So, wo müssen wir denn hin? Ich würde ja hier unten den gleich nehmen. Oh, du bist so wunderschön, Anshlo. Du läufst es ja auch. Du läufst es ja auch. Blende. Alter. Okay, ich feiere hier... Guck mal in die Kamera. Also, ich feiere hier runter grad, ne? Das wäre schon schön, wenn es eigentlich mal so dunkle Maps geben würde, so Nachtmaps. Ja, so ein Tag-Nacht-Zyklus wäre geil, ne? So, dass man einfach mal... Das haben die ja jetzt bei Dings eingebaut, bei... Ähm, Terratech haben die das teilweise reingemacht, dass es auch nachts und Tag wird. Ha, aha. Oh, du bist englisch sprechend und deutsch sprechend! Ja, ich hab mir... Entschuldigung... ...den Links drauf gehauen, hier von den Tellern die Flagge. Und ich mal ein paar andere Leute reinlege. Um mal in keiner zu klicken vielleicht. Ich hab ja inzwischen ein, zwei Videos, die ja auch mal von Ami in Ordnung sind. Wenn man sie denn finden mag. Wenn man sie findet, und das ist immer so eine Sache auf YouTube, Leute. Ihr dürft uns nicht immer verurteilen, wenn man... Also, was heißt uns? Ich mach das glaube ich gar nicht. Ähm, wenn man... Oder wenn viele YouTuber einfach nur mal voll die krassen übertriebenen Titel benutzen oder irgendwas. Ähm, man möchte ja auch irgendwie geklickt werden. Also gut, ich übertreibe meine Titel eigentlich nicht, weil ich immer zu unkreativ bin. Obwohl ich übertreibe schon. Haha, ich mach immer so was wie... Die krasseste Schlacht ever! 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 Das wurde schon sehr oft angesprochen von wegen... Ey, dein Video, ne? Warum ist das nicht englisch und so, ne? Hä? So dass... Ich hab jedes Mal rausretten. Der war aber One-Hit irgendwo. Lol. Einfach nur roffel die Kartoffel. War aber ein Fehler. Ja. Fahren wir jetzt hier hoch und holen uns gleich den nächsten? Oder... Ja klar, da oben ist er auch. Ich hol mir jetzt da oben das Ding hin. Ich wollte jetzt nur nach links fahren eigentlich. Mit dir fahrt... Ach, du fährst einfach hoch. Oh, da fliegt was. Da fliegt was beim Bobo. Ja, hier hoch bei mir auch. Normalerweise tue ich das. Runterschießen. Hör auf zu fliegen, Mann. Komm, den schieße ich runter. Okay, er landet bei dir, Bobo. Den kriegst du. Oh, hier ist ein Gegner hinter mir. Au. Er tut mir leid. Schade ist nur, dass wir jetzt halt keinen richtigen Medic im Team haben. Also wir haben einen Medic hier als Teammitglied, aber jetzt nicht im Platoon. Sagen wir es so. Alter, wie ich den nicht treffe, ich hasse das. Man muss teilweise echt in Innenperspektive gehen, weil sonst trifft der irgendwie nicht. Da fliegt ja Schüsse drüber und alles. Schon... Oh. Schießt mich denn da? Oh Gott. Ein fliegender Sniper. Und dann kommen noch die Plasma-Geheimnis von oben. Unser guter Heiler. Ach, der ist da oben. Dann geh ich mal hin. Okay, dann flieg ruhig weg. Ach, ich bin runtergefallen. Hilfe. Was ist mit dir los? Der will sterben. So. Die haben wir aufgehalten. Glaube ich. Dann kann ich jetzt hier das Captchern. Komm schon! Geh kaputt! Also es wird jetzt nicht so ein krasses Teamspiel werden, weil die anderen sind einfach schneller als ich. Ich bin... Oh shit, irgendwas trifft mich. Egal. Schieß wenigstens die Seite hier kaputt, Tenji. Mach sie wenigstens kaputt, Tenji. Komm schon! Nein, der schafft es nicht, Tenji schafft es nicht. Oh. Tenji hat es nicht geschafft, Leute. Aber vielleicht schaffe ich es noch. Ja, komm! Ja, komm! Ja! Ja! Noch einmal vielleicht! Vermessen von dir. Oh Gott, Tenji! Ja, aber so kann ich es ein bisschen... Nein! Nein! Hier bin ich! Hier bin ich! Kommt, kümmert euch um mich! Kümmert euch um mich! Kommt ihr noch zu Hilfe! Nee, brauchst du nicht. Ich bin eh im Arsch. Ich hab gar nichts. I'm down! I'm down! Ich hab das aber nicht eingenommen, das Ding. Und unten das Teil gehört uns auch nicht mehr. Okay. Uns gehört gar nichts! Uns gehört gar nichts! Das eine Ding haben wir eingenommen wohl. Ja, ich fahre gleich wieder hier runter und nehme diesen einen an. Also unseren Tower, sag ich mal. Den nenne ich mal unseren. Was ist ja, glaube ich, der... Der untere Tower ist das. Der untere. Der ist kaputt gemacht. Der rechte Rückkarte ist ja der mittlere. Das ist immer ganz schwer zu unterscheiden. Ja. Wo du umgehst, ist ja... Das ist ja der untere. Den möchte ich zurückerobern. Da ist auch schon jemand von uns und hilft. Und dann haben wir zwei Tower. Bei mir ist es ja kühlungsbedürftig. Ja, ähm... Falls ihr sehen wollt, wie das bei Anschluss aussieht, guckt einfach oben links in die Ecke. Ja, sieht komisch aus. Klickt auf Anschluss-Kanal! Hast du mal einen Hammer-Boost? Wie bitte? Nee, ich hab doch Schiffe gebaut und sowas. Ja. Fun-Dinger bloß. Ich fand ich viel cooler. Der hat definitiv ein anderes Gefühl als ein Trackpanzer. Aber ich bin immer noch voll der Track. Also, abgesehen davon, dass so ein Panzer so ein bisschen kaputt ist immer. Shit, ich fahre da hoch, halt. Das dauert mir zu lange. Wobei, es geht... Äh... Ja, komm. Ja, Bobo, mach! Ich weiß nicht. Die andere Seite hab ich versucht frei zu räumen, aber ich hab's, glaub ich, nicht geschafft. Aua! Da bombt was auf mich! Das sieht schon gut aus. Da bombt schon was auf mich! Appen! Yeah! Oh nein! Oh Gott! Ich bin so kaputt! Ich hab keine Ketten mehr! Ich hab keine Ketten mehr! Ich sitze bloß hier rum! Ich helfe Anschluss ein bisschen! Keiner wird mich viel bringen! Oh Mann! Alter, der legt aber ganz schön rum, der Typ! Aber ganz schön! Ja, da ist... Oh, sehr schön! Der wurde... Den hat eigentlich nicht mehr so gut aus, oder? Ja, ich muss zurück! Oh, Bobo, ich hatte letztens so ein geiles Match! Ja! Da war ich der einzige, das einzige Bodenfahrzeug, äh, abgesehen von, ähm, SMG, äh, Laser, also, Rifle. Aber ich war der einzige, der unten unterwegs war. Wir hatten einen Haufen Plasma-Bomber als Gegner unter dem eigenen Team. Ich war der einzige SMG-Typ. Wir hatten noch zwei E-Guner, der Rest waren bloß Bomber. Nur Bomber bei uns. Und beim Gegner-Team genauso. Selbst der Heiler beim Gegner-Team ist bloß drum rum geflogen. Und ich bin da einfach genüsslich zu den Towern gefahren und hab die eingenommen, weil sich kein Schwein darum gekümmert hat. Die haben sich alle gegenseitig bebombt und alles, das fand ich so witzig. Haben wir natürlich gewonnen. Das ist immer schlecht, wenn man dann so ein Tesla ist. Ja. Kann mich hier reinschwingen. So. The Little Fusion Tower has been captured. Das ist geil. Da ist so Legna. Der sieht so wunderschön aus. Mit seinen Bomben da. Kann man von hier eigentlich auf den... Das ist ein Freiratsantrag. Kommt man von hier... Oh, man kann rüberschießen. Die haben das zurückgecaptured, die Schweine. Oh Gott. Da ist wieder irgendwas. Ich verstehe. Ich springe einfach runter. Ich springe einfach runter. Huah. Oh oh. Nicht drehen. Nein. Nein. Oh oh. Ja, ich drücke hier mal F. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Ding. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Mittelfusion Tower is under attack. Das heißt, der rechte... Da ist schon jemand unterwegs. Ich hoffe, der macht seine Sache gut. Ich will hier den Turm wieder einnehmen. Wobei man... Es geht natürlich... Es geht natürlich nicht immer nur um die Türme, Leute. Man muss natürlich auch schauen, ob man irgendwann mal anfängt, Schaden zu machen. Aber so einen Turm einzunehmen, ist schon was Feines. Ist schon was Feines. So. Ich schieße jetzt hier extra hier von da, weil hier habe ich Angst, dass dann der da kommt. Besuch jetzt. Deine deutsche Flacke. Oh, ich kriege eine Menge Besuch. Ah. Ich hasse das irgendwie. Äh. Äh. Ich muss hier irgendwie rumdrehen. Ja, Anschluss, dreh dich rum. Ich glaube, das ist jetzt frei, die Seite. Nein, da kommt natürlich dann der Veganer da oben. Oh nein. Vielleicht bin ich tot? Ne. Doch. Verdammt. Alter, wie viel hat denn der da dran? Sechs Stück. Aber sehr fragil. Also das Ding geht sehr schnell kaputt. Wo schießt denn der Anschluss hin? Ach du, das ist ja geil. Ich habe schon versucht einen Bomber wegzubomben. Oh, du hast ihn getroffen. Du hast ihn getroffen. Jetzt wird er bestimmt Angst kriegen vor dir. So ein weiter Weg immer bis dahin. Das ist ein bisschen problematisch. Bei so einem dicken, langsamen Panzer, wie ich den habe. Leider muss ich sagen, wirkt das, weil wir ja so unterschiedliche Fahrzeuge haben. Irgendwie jetzt mehr so Casual-Gaming. Einfach so, jeder fährt für sich ein bisschen rum. Ja, ein bisschen Casual. Ich kann von hier aus die ganze Zeit draufballern. Ich denke, wir gewinnen. Ja, aber da werde ich ewig nicht fertig. Du hast also auch ein paar grüne Cubes einarbeitet bei dir. So neidisch auf diese Hollows. Hehehe. Ja, ein paar habe ich noch drin. Ich konnte mir nicht viele leisten, als man die kaufen konnte. Ich konnte mir nicht so viele leisten. Aber ein paar habe ich mir geleistet. Jetzt sind aber alle neidisch auf mich, weil ich so grüne Sachen dran habe. Grün. Die werden grün vor Neid. Haha. Tenshi haut heute wieder seine Witze raus. Das geht gar nicht. Ein Zara-Zar würde neidisch werden. Nein, ein Angelo würde neidisch werden auf meine geilen Witze. Okay, der Turm gehört uns gleich wieder. Er gehört uns gleich. Weil ich nicht sicher bin, ob sich das lohnt, den jetzt hier zu capturen. Weil die Gegner das ja gleich wieder zurückerobern. Außer ich verteidige das Ding jetzt. Mit meinem Leben. Wir haben alle Tower übrigens. Einfach alle. Da kommen auch schon die Gegner und wollen zurückerobern. Fein der Railgunner da. Der ist nervig. Da kommt auch schon der SMG. Ich habe leider keinen Medic hier. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn einer von uns Medic wäre. Und wir jetzt einfach Ewigkeiten hier verteidigen könnten. Zugegeben, ich konnte auch auf diesen hier überhaupt nichts anderes machen als Plasma. Weil Plasma einfach so klein ist. Kann ich von hier aus vielleicht direkt drauf ballern auf die Dings? Ne, kann ich nicht. Aber ich fahre trotzdem hin, weil... Ja. Okay, das spawnen gleich wieder was. Hey, die eine Hälfte ist ja schon komplett weggeballert. Ach ne. Die ist bloß versteckt. Ha, logischerweise. Behalt mich nicht, der Medic. Ich greife jetzt grad übelst an. Ach shit. Nur alleine ist halt schwierig. Wo ist denn eigentlich unser Medic? Wir haben doch eigentlich einen. Geht auf die Base jetzt zu. Hinter dir gleich. Naja, da ist noch ein anderer mit Tier 10 Waffe. Das ist super. Weil die Gegner, die spawnen jetzt zwar langsam alle, aber wir haben schon wieder zwei kaputt. Da rechts ist noch einer. Ja. Oh ja, der Medic ist auch da. Jetzt können wir bloß noch gewinnen. Jetzt müssen wir bloß alle wegballern, die immer wieder spawnen. Wie zum Beispiel da bei Angelo. Aber keiner schießt mit auf Angelo. Keiner hilft dir. Oh mein Gott. Haha, Tesla Flyer ist im Arsch. Ja, der Singer haben wir gewonnen. Aber die haben jetzt gar keine Chance mehr. Obwohl jetzt spawnen wieder ein Haufen. Wo sind sie denn die Gegner? Da ist zum Beispiel einer. So, der ist aber auch gleich wieder am Arsch. So. Und in der Zeit machen die anderen fett Schaden. Da kommt noch ein SMG. Gleich drauf schießen. Auf dass er wieder tot sein wird. Nein, nein, du kommst nicht weg. Alter, ich den einfach nicht treffe. Vielleicht heilt man mich ja, wenn ich da so angekommen komme. Oh ne, ich kriege da halt kein Interesse an heilen. Ich treffe einfach nicht, wenn ich so dran stehe. Das ist schlimm. Ich bin auch ein Kribbel. Meine Kette ist auch weg. Ich bin auch ein Kribbel. Aber wir kriegen es hin. Ja, ja. Jetzt schieße ich auch mal mit drauf hier. Die ganze Zeit auf die Vier geschossen. Ja. Das war easy. Du warst. Wenn du meinst. Ja, ich fand das easy. Also, ich hab... Ja. Ja, doch. Ich fand das easy. Ja, ich hab jetzt nicht so viel gemacht. Damage her. Na ja. 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 Kills waren jetzt auch nicht. Ja, doch. Ja, geht ja. Ich hab den wenigsten Damage gemacht für uns allen. Einige, du hast den wenigsten Damage gemacht mit deinen coolen Gefährt. Wollen wir noch einen Classic Modus hinterherjagen? Das wäre doch ganz cool. Ey, warte. Team Deathmatch heißt das ja jetzt. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Ja. Ich würde auch, glaube ich, die Katze dafür nehmen. Also, brauchen wir die gar nicht mehr einzunehmen? Die Dinger? Einfach nur alles töten, Angelo. Team Deathmatch. Alles töten? Dann werden wir immer wieder gespawnt. Ja. Nein, ja, ich werde nicht gespawnt. Funktioniert das? Einfach nur, du bist tot, wenn du stirbst, Angelo. Das willst du doch. Das ist nicht gut, Angelo. Nimm irgendwas. Das ist doch kein Team Deathmatch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in der Schlacht wieder. Oder so. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. Wir haben schon ordentlich auf den Mund bekommen. Weil einfach die Gegner zusammengeblieben sind, aber unsere Leute nicht. Haben wir denn einen TXer mit drin? Ja, der ist natürlich noch nicht gespawnt. Jetzt ist er da hinten. Boah. Riesenvieh. Gucken, wo er hin will. Der will hier irgendwo lang. Aber die sind alles immer so super schnell, ne? Und können... Was macht denn der denn? Was ist das, was er da macht? Breakdance. Boah. Boah. Alter. Hä? Was ist das denn für einer? Ist das ein Droller oder was? Ist doch voll kacke, wenn er unser TXer nicht mitmacht. So. Okay. Das ist ja kacke. Ich glaube, er findet sich langsam. Wie fährt der denn? Oh Gott. Der kommt... Das schaffen wir nicht. Der kommt nicht mit uns mit. Kannst du vergessen. Aber wir haben einen Medic haben wir da. Oder haben wir noch einen mehr? Ne, wir haben bloß den einen. Hoffentlich wird der jetzt nicht weggeballert. Ich sehe schon, wie wir verlieren. Also wir haben... Das funktioniert gerade die Base. Der Sound ist schrecklich. Ich kann nicht hinterher, weil der Krabbelhain hier so langsam ist. Und das will schon was heißen, wenn ich sage, dass er immer zu langsam ist. So, der TXer hat keinen Bock. Hier drückt gerade einer F. Ich komme nicht hinterher, Leute. Leckner alleine. Ich hoffe, dass du nicht alleine da aufwarten bist. Ja, Leckner scheint alleine zu sein. Ich glaube, ich gehe durch die Mitte oder so, wie es scheint. Keine Ahnung. Hier sind ein Haufen irgendwie markiert. Oh nein! Gerade jetzt, wo es kritisch wird, bleibe ich hängen. Oh, wie fährt der denn? Fahr jetzt einfach geradeaus, mein Freund. Oh Gott. Jetzt gibt es aufs Maul hier. Oh, das ist der Medic vom Gegner. Die haben zwei Medics oder was? Ne. Wir haben auch zwei Medics. Habe ich gerade nur, wo der andere hin ist. Ich habe schon eine Waffe, zwei Waffen vom TXer abgeballert. Das ist gut, gut, gut. Ich treffe nur leider den Medic nicht. Ich sehe den gerade da nicht. Aber die anderen. Steht genau dahinter. Jetzt kannst du ihn ballern. Ah, sie schießen noch nicht. Die kommen hinterher. Flying Fool. So. Ich mache sie in der Waffe wegballern vom TXer. Okay. Der hat bloß noch eine. Das hat eigentlich, glaube ich, gar keine mehr. Ich habe keine mehr. Aber er wird gerade geheilt. Alter, der Heiler muss direkt dahinter sein. Hier ist unser TXer. Hilf mir. Der TXer wird dir nicht helfen. Da ist der Medic. Oh Gott. Wie meine Schlese einfach nicht treffen. Fährt vom Gegner weg. Der Medic ist keine Gefahr mehr. Der TXer genauso wenig deswegen. Wo sind die anderen Gegner hin? Mal zum Angelo. Da hinten ist noch ein Plasma-Heini. Ja, Angelo schafft das schon alleine. Da ist ein fetter Plasma-Heini. Ja, das ist fett. Ich bin fast tot. Du bist ein fetter Flug-Plasma-Heini. Ich bin mega bei dir. Ja, aber der ist vor uns abgehauen. Jetzt wird das los. So, an der Hoffnung. Also, Ansh hat ja auch... Also, wir haben noch keine Verluste. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Jeder hat einen Kill. Außer Olek, ne? Und Juhl und Minikus. Ja, ich werde geheilt. Geil. Bis spät. Dass wir das jetzt noch gewonnen haben. Okay, ich muss sagen, da war ich sehr pessimistisch. Also, da hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch reißen können. Nein. Ehrlich gesagt, nein. Nein, nein. Niemals. Hätte ich nicht gedacht. Wir hatten die Heiler schon an der Front. Die hatten da nur irgendwie einen. Ja, sehr schön. Oh, ich habe nur 8,5 Millionen. Was soll ich damit machen? Ja, ich muss schon sagen, mein Gefährt ist... Mist. Anschlussgefährt ist super, hat er gesagt. Ja. Ja, ja. Gut. Toll, jetzt haben wir immer noch zwei Minuten übrig. Das gibt es ja gar nicht. Wir haben zwei Matches gemacht. Hast du doch einen Classic? Ja, komm, einen Classic. Hauen wir noch hinterher. Los, Leute. Ich überlege mal, ob der noch fliegen lernen soll. Wer soll fliegen lernen? Schwer gebaut. Ja, den Gleiter hier. Okay. Andere können fliegen. Boah, was für ein TX. Der ist richtig fett, Mann. Mann ist der dick, Mann. Dick, Mann. Also für mich sieht er dick aus. Wie viele Heiler haben wir? Zwei. Guck dir mal, guck dir mal diesen Opai an. Guck mal, da ist ein Deutscher. Das ist doch Bobo. Oh, Mann. Das ist doch Bobo. Oh, Mann. Hast du den Zestler-Typen da? Ja. Oh, Gott, ey. Ich hab grad nen Dance. Ah, das ist so geil, weil die haben ihre, die haben immer ihre, ihre Reifen so dicht nebeneinander. Die zwei Blöcke haben die dazwischen bloß. Es ist ja kein Wunder, dass die fast immer umkippen beim Längen. Wie ein Block ist das? Ne, das sind zwei. Das ist wohl zwei. Das sind so dünn aus. Das könnten sogar drei sein. Das sind zwei. Das könnten sogar drei sein. Ja, das sind drei. Das sind drei. Der hat in der Mitte noch frei. Oh, Gegner. Vor allem, wie der rumeiert, ey. Oh, komm, der ist gleich tot. Der Tesla versteckt sich da vorne. Geht auf die Lauer. Ja, aber das würde nicht viel bringen, weil wir die grad so wegdrücken. Der Neger von denen ist schlecht. Oh ja, der ist schon auseinandergenommen. Hahaha. Yeah. Mann. Shit, ey. Jetzt habe ich mich hier mit dem... Hä? Geht gar nicht kaputt. Boah, der Bobo ist aber ganz schön, äh, mutig. Ah, YOLO. 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 Ja, stimmt ja auch. Stimmt ja, in dem Match hier passt das ja ganz gut. Der will abhauen. Niemals. Du entkommst den Noob-Kar nicht. Ja. Der Mega. Jetzt ist er mir doch... Ja, der ist mir entkommen. Was? Behind Tesla? Was? Hinter uns ist ein Tesla, ja. Schießt ihn doch weg. Ein Gegner ist doch da bloß. Ihr seid tausend Leute, die da stehen. Zwei Teslas. Ja, die werden doch alle ab... Ich hätte weiterfahren sollen, einfach capturen oder so. Was ist denn nichts? Ne, das ist aber Deathmatch. Wir müssen alle umbringen. Nein, 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 Angelo. Das ist Capture. Capture the Flag. Ja, wir holen uns die Flagge und dann fahren wir damit zurück. Das wäre so krank. Ja, ich habe keinen Schaden. Doch, doch, eine Waffe ist weg. Wir haben mir die Stange rausgeschossen, Bobo. Das gibt es ja gar nicht. Und hüpf. Ja, ich denke, da hat der Tesla-Duell verloren. Schließlich hat der uns davor gewarnt. Ich war bei jedem Scheiß dran, ne? Yay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Anschluss sieht so wunderschön aus. Mh, dreh dich zu mir. Oh, ja. Oh, ja. Zeig mir seine beste Seite. Aber dann, wieso hast du eigentlich da diesen Receiver damit rangeklatscht? Na, die brauche ich ja noch. Ah, ich rutsche weg. Oh, die Helium-Zibium-Saving-Up-For-Big-Ass-Blimp. Now, what? Da kommt ein Gehschner. Yay. Ich treffe ihn bloß nicht, weil der zu weit weg ist. Helium ist jetzt günstiger? Das habe ich nie irgendwo nachgelesen. Keine Ahnung. Ach, wieder verloren. Ach. Aber hey. Ich stehe, warum auch immer da oben. Keine Ahnung, ich habe weniger Damage gemacht als alle anderen. Also gut, das ist ja bloß eine Sortierung. Ja, aber war doch ganz nett. Haben wir drei Spiele gemacht und drei gewonnen. Krass. Und das mit so einem komischen, experimentellen Fahrzeug. Außer bei mir natürlich. Boah, das war gut, das Fahrzeug. Ne, das war schlecht. Super. Na gut, dann war es das auch schon wieder. Und gut, mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Folge aufnehmen oder nicht. Werden wir sehen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi. Ich war der nicht zufriedene Angelo. Und ich war der Boborossa. Doch, sehr zufrieden. Ja. Er war zufrieden. Gut, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Ja. 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 Vielen Dank.